Denken Sie nicht drüber nach. Vergessen Sie es einfach. Meine Frau ist tot. Und ihr Freund ist tot. All diese Menschen sind tot. Vergessen Sie es. Hören Sie auf mich. Wir finden ihn schon. Seit 25 Jahren frage ich mich das nun. Wie lebt man ein Leben voller Leere? Wie kann man ein Leben aushalten, angefüllt mit nichts? Wie geht das? Ciao. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass wir den nicht finden? Warum geht er uns dauernd durch die Lappen? Ein Mann kann alles ändern. Er kann sein Aussehen verändern, die Religion, seinen Gott. Aber es gibt eins, was er niemals ändern wird, Benjamin. Ein Mann wird immer seiner Leidenschaft folgen. Ein wunderschöner Abenteuer. Ein Fußballspiel bei perfekten Fußballspielen. Ein Pick-Burber-Katz. Warte, lass die Club der Avianeda. Bereit dich, Benfamil. Komm schon mal schnell. Ich hab dich schon. Der Fall ist nicht gut in die Meisterschaft gestartet. Und wenn wir ihn unendlich sind, dass wir eine Frau mit dem Volk auf den Kiel schlagen. Nein! 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 Wie haben Sie das Leben ohne Sie ausgehalten? Es sind 25 Jahre, Espositor. Ihre Liebe zu dieser Frau, das habe ich nie wiedergesehen. Nie. Vergessen Sie es. Es ist mein Leben, nicht Ihres. Es ist auch meins. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Es ist mein Leben, nicht Ihres.